einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar live trading zur börseneröffnung am augen mit dirk hielger und dem steward trader und mein name ist nelson kardose netto ich begrüße sie im namen von fx let freue mich dass sie heute live dabei sind und wir verlieren oder ich verliere jetzt nicht so viel zeit wir gehen aber jetzt den risiko hinweis durch denn der ist wichtig und muss sein an der stelle denn diese veranstaltung das webinar dient nur zu schulungs und informationszwecken sie müssen ihre eigene entscheidung treffen unabhängig vom inhalt heute und dürfen dieses wieder nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen ja das ist ganz wichtig wenn sie sich die aufzeichnung anschauen dann können sie gerne an der stelle pausieren ok dann lieber dirk übertrag ich sehr gerne im bildschirm und wünsche viel erfolg und viel spaß so dann sage ich mal hallo und moin und herzlich willkommen hierzu möglicherweise live trading hier zur markteröffnung und wenn das bild sich hier mal umschaltet würde das auch klar funktionieren so geht doch also moin hallo und herzlich willkommen jetzt hier offiziell wie immer mit bisschen technischer verzögerung hier live aus california so ich hoffe ihr hattet alle irgendwie schöne pfingsttage also ich für meinen teil auch ich war gestern ganz erschrocken als es dann hieß weil hat noch irgendwie waren halt gebruncht mit irgendwie drei vier leuten und dann hat irgendwie noch einer gesagt ja so wann irgendwie war letztens ganz erstaunt darüber also hier im bekanntenkreis freundeskreis dass er mich bei fx letta gesehen hat aber gesagt ja ich mache da ab und zu mal webinare und er meinte dann komme von mir ja morgen früh ich so wie morgen früh ist nicht den ernst ja und das habe ich dann gestern dann auch mal erfahren dass ich heute webinar habe ja hier wieder hätte ich diese info nicht bekommen wäre ich wahrscheinlich heute morgen hätte ich dann irgendwie keine ahnung um 20 vor neun mitbekommen das dann webinar ist aber wir haben es ja noch mal hinbekommen ich gucke mir hier schon mal die fragen rein die haare nicht gewaschen nicht gewaschen schreibt der timo da das ist ja frech doch es ist nicht mehr machbar also ich brauche dringend irgendwie ein friseurtermin und ja das wäre mal wieder an der zeit von daher dass es geht mal wieder nicht mehr und aber diesmal bin ich selber schuld man hätte ja die ganze zeit irgendwie gehen können aber das ist bei mir momentan auf der prioritäten prioritätenliste irgendwo ganz hinten gelandet und von daher muss ich da mit der witze vorliegen aber so schlecht ist das kann was ist das für ein blabla können wir beginnen also wer das für blabla hält der kann auch gerne gehen habe ich auch kein problem damit aber wir sind hier menschen und wir finden es eigentlich immer ganz nett wenn auch bisschen smalltalk dabei ist aber wie gesagt steht bei jedem frei zu gehen kein problem so darf auch mal gesagt werden helsen oder unhöflichkeiten müssen uns ordentlich gefallen lassen ja also dann gehe ich mal rüber auf den schirm auf den erstmal auf den analysischen moment erstmal hier kurz umschalten so und bei den anderen bedanke ich mich natürlich ganz herzlich dass sie wie immer zahlreich vertreten sind so dann schauen wir mal also freitag zuerst mal war es ja halt so ein bisschen also ich hatte halt gesagt und da könnte es interessant werden fangen wir vielleicht mit dem mal ganz kurz an und zwar hatte ich ja da gesagt wenn der das gap halt irgendwie kauft und dann kann man das halt vergessen und mit mit short ansonsten wenn der unter dem gap bleibt das ist jetzt hier mittlerweile die die zone hier in grün und also da sollte sich das ganze entscheiden was wir hier sehen eigentlich in dem bereich ist fast der ganze freitag hier an der stelle und das hat wie man hat sieht das war eigentlich relativ einfach also das natürlich ich meine es wäre halt okay aber wenn so eine geschichte halt funktioniert beziehungsweise funktionieren soll ist ja immer nur wichtig dass man träger hat deswegen bin ich ja immer auch so ein bisschen vorsichtig mit irgendwie großen strecken weil im endeffekt natürlich gelingt es manchmal dass man halt irgendwo dann sagt so pass auf heute wird das und das passieren das gibt es schon mal ist aber natürlich nicht unbedingt die regel und wenn man dann halt mit dem träger einfach arbeiten kann und dann ist es halt eben so dass die sache ein bisschen einfacher macht mehr und ich hatte hier gesagt so an an dem gap wird sich das ganze entscheiden am freitag also das hat man zumindest gesehen am donnerstag dass es passieren würde ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen vom zeitraum her weil wir ja eigentlich halt am freitag hier zumindest in deutschland mehr oder weniger dicht gemacht haben auch wenn die amis gestern gehandelt haben und da sieht man halt noch also selbst wenn man jetzt gesagt hat der geht bestimmt runter und hat aber dann den trigger genutzt selbst dann ist man noch überschaubar so vom risiko dann halt mit der nummer rausgekommen weil hier war definitiv der trigger gezogen ich hoffe man kann das erkennen trigger heißt für mich immer bei zum beispiel bei so einer geschichte stunden close und drüber so und wenn man sich das mal anguckt hat einmal hier die stunde jetzt darüber geschlossen der da und ist dann weiter ausgebrochen hat dann letzten endes noch mal genau diesen widerstandsbereich noch mal bestätigt bei der 142 34 142 und das war es dann lief die geschichte weiter also das ist halt für meine begriffe ist es das ist okay ist natürlich auch schön wenn man sich hinstellen kann sagen kann ja seht ihr ich habe gewarnt das ding ist dann irgendwie 1000 punkte in den keller aber ich finde das so eigentlich fast wie soll ich sagen nicht besser aber halt das ist halt hilfreicher und deswegen bin ich halt immer auch ganz großer freund davon eben mit trickern zu arbeiten und am liebsten eben wenn dann und das wenn dann hat sich hier ganz klar gezeigt wenn kerze drüber im stunden close dann ist die short idee vorbei und selbst wenn man hier short gegangen ist vorher und dann hat hier gesagt ich halte das noch aus nochmals beispiel was nicht unbedingt eine gute idee ist aber selbst dann ist man halt hier dann wirklich noch sauber aus der nummer raus gekommen damit kann man hat auf jeden fall was anfangen so da muss ich jetzt natürlich den gestrigen tag dann halt draufsetzen gestern ist nicht viel passiert wir haben wir dann auch hier noch mal über der 34 301 die war am freitag natürlich auch rot zwischendurch blau jetzt ist er halt grün einfach natürlich immer dass das gleiche prinzip das heißt wir haben hier auch den widerstand gekauft und und dann am ständ am ende nutzt er steht ihr natürlich dann halt eben für ein support das heißt dass man das was für diese umkehr benennen das heißt ein widerstand wird so support und umgekehrt hier war es jetzt natürlich ein bisschen speziell das heißt weil wir natürlich hier diesen run gemacht haben über das geld ohne es zu bestätigen und deswegen ist jetzt war hier noch mal verkauft worden aber halt auch weil dieser widerstand noch nicht bestätigt das heißt man das ein bisschen auf die reihenfolge guckt ist man nicht unbedingt ganz schlecht beraten das heißt im endeffekt hat er beide widerstände gekauft einmal hier hier dieses gett und dann direkt im anschluss die 301 hat beide dann hat man mal bestätigt erstmal jedes gett was natürlich wichtiger war weil damit sicherheit auch mehr volumen war auch wenn ich es hier nicht angezeigt habe und dann im endeffekt dann halt noch mal hier die 301 und dann auch noch mal bestätigt das heißt da ist jetzt hier auf der short seite vermutlich auch nichts mehr zu holen und was wir jetzt halt hier gerade sehen das ist halt hier der nächste widerstand und wo sie es gerade so ein bisschen schwer tut da stehen wir jetzt heute das heißt hier hat auch mehrfach halt dran gestoßen die war eben glaube ich auch noch rot hat sich jetzt auch umgefärbt und weil wir halt eben jetzt hier natürlich die geschichte gekauft haben aber halt noch nicht besonders mit mit druck nach oben und der kann jetzt aber kommen das heißt hier wäre es dann auch okay wenn wir als beispiel hier wo man sich da zum beispiel mal jetzt mal irgendwie nur die die schlusskurse hier nimmt weil das war ja im kassahandel und das heißt hier in dem bereich 401 beziehungsweise zwischen 432 und 401 wenn er dahin jetzt irgendwie zurücklaufen sollte wäre das eigentlich einen long wert und wir werden es ja gleich sehen ob das ganze halt so eintrifft kann kann man aber meines erachtens so machen es kann natürlich jetzt auch sein dass sie direkt nach oben wegläuft dann wird man halt diese bewegung jetzt zumindest nicht ohne oder beziehungsweise zumindest nicht mit überschaubarem risiko reinkommen weil das ist jetzt hier auch die aktuelle stunde die ist nicht so wahnsinnig lang und deswegen kann da jetzt schon beides passieren das heißt dass wir halt direkt um 9 uhr ansetzen hier nur ganz kurz die hochstuschieren da werden sich natürlich einige fragen wieso der dauer wir machen doch hier in deutschland irgendwie gerade erst auf ja aber irgendwie kommt im dauert dann halt auch tatsächlich genauso volumen in den markt um 9 uhr und von daher kann man den hier ruhig mit betrachten so was den dax angeht also als beispiel 432 kann man ja mal gucken ich gehe mal hier auf den anderen schirm die 432 das wäre dann die nummer hier gucken wo gehen wir dahin so da sind wir hier ist das vortages hoch dass wir ein kleiner dip noch mal drunter das wäre fast schon zu tief aber hier ist halt auch der point of control das wäre irgendwo so in dem bereich halten also hier noch mal kurz unter die lows wenn er es denn so macht halte ich für eigentlich relativ problemlos die geschichte dann auch so um zu machen so im dax guck mal drauf also da der hat natürlich hatten wir gestern kasse handel nähe in frankfurt gestern war nur future im dau schätze ich mal oder nelson oder weiß das jemand ich glaube finksten ist ja doch halt regulärer feiertag irgendwie für alle bundesländer ja ich sollte vielleicht auch mal mit kohann machen er ist korrekt was gesagt ist nur future ja genau kommt hier auch auch kasse ich glaube also deine antwort habe ich noch nicht nelson aber war wahrscheinlich nur future aktien waren geschlossen ist ja okay so also da fehlt so ein bisschen die also im dax mit dem stehe ich so ein bisschen auf kriegsfuß wirklich seit irgendwie geraumer zeit weil halt einfach zu lange in der range immer rum gemacht hat und aber vielleicht ändert sich das jetzt endlich mal nach wochen kann das ding dann auch mal auflösen weil wir haben hier immerhin mal neues ath mal wieder gemacht und und das gilt jetzt natürlich entsprechend dann auch zu halten so ich mache das hier mal kurz größer im dax so hier war das alte ath kurz einzeichen auch kurz eine andere farbe also das wäre halt die die 5 4 3 ist natürlich erst mal markanter punkt wäre auch noch über dem dip den er hier gemacht hat und ist natürlich halt ja insofern halt dann schon natürlich auch interessant also ich versuche natürlich dann hat auch immer so die einfachen punkte halt rauszufinden im markt also was ist für den markt als nächstes irgendwie halt plausibel ganz klar das ath bei 5 4 3 aber auch die 4 9 2 da unten weil das halt schon so ein bisschen deutlicher gewesen ist die geschichte also 5 4 3 4 9 2 kann man eventuell beide long versuchen natürlich keine empfehlung ist klar aber heißt nicht dass das halt eben auch sofort aufgeht und das natürlich immer so ein bisschen das problem wenn ich kann die mal eben auch frei geben ich gebe auch mal jedes live chart noch mal frei für die die keine lizenz haben also was ist für 4 3 und gehe ich mal eben rüber das könnte man ja mal machen also wenn 4 3 4 4 ein drüber und der anderen sind sie mal hier auch die 4 9 2 das wären jetzt halt so die die beiden relevanten aus meiner sicht relevanten punkten das kann natürlich auch mal dazwischen irgendwo halt passieren ist es halt auch klar und aber so schön wie der darunter kommt jetzt erstmal den mit dem tempo ist es gar nicht mal so schlecht weil in der regel so eine lange bewegung hält eigentlich eher dann auch durch das könnte halt schon dann auch so ein kleiner Minidip dann auch einfach sein kann sein muss nicht sein wenn wir jetzt sehen wenn es ganz dumm läuft wenn wir nicht gefällt so aber kann man mal machen finde ich wie sie kann man kann man ja risiko kann man ja erstmal überschrauber halten und ich bin jetzt hier auch erstmal nur mit einer viertel position drin aber wenn wir halt jetzt dann auch gleich sehen was denn danach kommt ich gehe mal hier auf eine minute mal gucken ob wir jetzt dann halt direkt schon mal eine reaktion wieder zurückkriegen oder halt eben nicht oder nicht dann würde ich halt wirklich erst ein bisschen warten und dann halt entsprechend unten die grüne bei der 15 492 dann versuchen aber ich würde halt schon vermuten dass wir hier zumindest ein bisschen was kriegen und vielleicht noch mal irgendwie bis kurz vor die kasse öffnung und dann kann man ja auch erst mal wieder rausgehen so was sind auf jeden fall schon mal hier recht sauber bis jetzt zehn elf punkte so nicht mal fünf minuten um wie gesagt die chance ist natürlich dann halt auch immer da wenn man jetzt so einen so einen markt hat das ist halt eben auch nur einen ganz kleinen dip dann hat als beispiel gibt und der markt dann direkt weiter rennt das kann halt schon sein ich habe jetzt hier gar kein orderbuch drin warum nicht warum nicht das sieht man halt eigentlich relativ häufig das sieht nach 15 minuten natürlich immer ganz gemütlich aus und hier ist es natürlich nichts ist länger als eine minute die längste zeit der welt wenn man ein trade irgendwie aufgemacht hat der nicht loslaufen will und aber ich lasse den jetzt trotzdem erstmal in ruhe für den skype wäre es natürlich schick gewesen ein bisschen problem ist hier natürlich dass jetzt das wird hier ein gap close haben und weil was ich halt auch mal sage ist so ein gap close von oben ist eigentlich nicht bullisch da gibt es meistens noch mal was hinterher deswegen muss man da jetzt halt schon ein bisschen genauer drauf gucken und nicht als dass das jetzt gleich dann um die ohren fliegt und wir dann doch erstmal wieder eine runde größer korrigieren hier war gerade das hat man gerade gesehen eine schöne große order im markt die aber direkt hier scheinbar wieder weg gekauft wurde und das wäre natürlich dann auch schon wiederum indiz und dass das ganze zurücklaufen könnte jetzt sieht natürlich die fünf minuten kerze die erste nicht so klasse aus das ist klar stört jetzt aber hier erstmal nicht und wir gucken jetzt erst einmal hier wie weit die geschichte zurückläuft so erstmal hier absichern und entweder kaufen wir jetzt den kasserschluss direkt wieder zurück oder geht dann eben halt raus aus dem so das heißt ich ziehe den auch hier direkt nach weil das muss jetzt an einem stück dann auch hier laufen sonst wird funktioniert das ganze halt nicht so 20 punkte wer es gemacht hat und irgendwie frühe feierabend haben will kann ja auch überlegen da einfach raus zu gehen ansonsten ich würde ich versuche jetzt halt mal hier ich weiß wie gesagt nicht ob das gelingt wie gesagt der kasser macht mir so ein bisschen schmerzen hier denn hier würde ich am liebsten jetzt ehrlich gesagt direkt erledigt haben aber man sieht auch wenn wir jetzt hier nur auf einer minute sind da drückt dann halt direkt wieder runter wahrscheinlich fliegt er dann jetzt hier auch raus noch lebt er aber gleich nicht mehr so ok also das waren dann je nachdem wie man es gemacht hat irgendwas zwischen 10 und 20 punkten glaube ich für irgendwie sechs minuten erstmal ganz ok zumindest mal hat irgendwie ein anfang gut dann gucke ich mal eben rüber was der da zwischenzeitlich getrieben hat also ich würde jetzt hier trotzdem mal die die 492 da unten nochmal hinsetzen und ich muss jetzt noch da die 492 die wir natürlich viel interessanter ist klar aber das jeweils hat einfach so wie soll ich sagen manchmal manchmal sind die die einfachsten ideen sind wirklich ganz oft die besten weil gerade gerade bei sowas halt weil das war jetzt einfach das naheliegendste was hat überhaupt da gewesen ist im markt und was halt eben dann hat auch in allen time frame sichtbar war und beziehungsweise ist von daher finde ich das halt völlig legitim das so zu machen ich meine ich habe dir die kriterien auch erklärt also einmal hier kassel close meistens geht es danach mal ein stück weit runter das ist halt immer so ein bisschen das problem deswegen bin ich auch hier direkt mit dem stopp nach auch wenn man jetzt hätte sagen können ja jetzt ein stopp da unten lassen könnten weil ich halt in der regel schon damit rechne dass das halt hier nicht gekauft wird sondern dass da was nachkommt und von daher war das jetzt für mich erst mal soweit auch in ordnung und er hätte halt irgendwie auch ein bisschen schneller zurückziehen können müssen oder wie auch immer und hat aber nicht kann er natürlich immer noch aber das ist ja auch so ein bisschen statistische betrachtung an der stelle beziehungsweise wahrscheinlichkeit dass wenn eben halt ein gap direkt zugemacht wird gibt es meistens halt noch mal ein schub hinterher und deswegen war das jetzt erstmals schon soweit ok wasser trinken ein bisschen erkältet habe ich zumindest das gefühl dass bei dem bett aber auch glaube ich keine schwierigkeit so also 492 setzen wir mal ein bisschen genauer stopp 20 punkte müsste eigentlich reichen wenn wir das machen problem wäre halt nur hier an der betrachtung dass wir natürlich dann in dem moment dann auch hier nochmal höher dass wir halt dieses zwischentief dann einmal herausnehmen tschuldigung das zwischentief hier einmal rausnehmen müssten wir dann natürlich irgendwo einen kleinen trendbruch halt haben also das sei die frage also erst der markt dann halt eigentlich seitwärts weil das reicht noch nicht von von einem neuen hoch hier das erste zwischentief dass er dann noch dazu irgendwie über nacht entstanden ist ohne nennenswertes volumen würde ich jetzt nicht überbewerten und deswegen hier unten da ist auch wie man sieht point of control entsprechend vom freitag freitag gestern an die gestern ist der future gelaufen also müsste das hier der point of control liegt als richtig 24 da also point of control von gestern natürlich auch ohne kassa aber nichtsdestotrotz passt er eigentlich super dann halt auch dazu das heißt zumindest das ist dann halt hier auch damit zu rechnen dass da halt auch noch mal volumen in den markt rein kommt und man dort halt auch noch mal dann eine bewegung dann halt sehen wird die halt höchstwahrscheinlich dann auch eben in beide richtungen aktiv wird und das heißt letzten endes ist das ja dann auch was was man halt handeln kann weil im endeffekt geht es immer nur darum irgendwie die punkte ausfindig zu machen wo sich die großen jungs und mädels die köpfe einschlagen weil da geht es rauf und runter und solange es rauf und runter geht es ist dann auch fast egal wenn man sich erst mal kurz gegen den trend stellt meistens kann man dann halt ja dann auch in ruhe zu gucken ob das funktioniert oder nicht so interessant wird ist natürlich wie immer die erste 15 minuten kerze das heißt da haben wir jetzt halt schon noch die chance dass halt immer hier auf 15 sieht es erst mal ein bisschen doof aus die kerze aber macht ja nichts die ist ja nicht fertig sind und platzhalter so aber der hätte halt schon noch die chance halt nach oben entsprechend halt abzuschließen aber dem kassamarkt fehlen jetzt natürlich halt hier auch auch der gest der ganze gestrige tag und auch wenn wir jetzt hier immer noch ein großes aufwärts gap gegenüber dem freitag haben heißt das ja auch heißt es trotzdem nicht dass es halt einfach so weiterlaufen muss beim dax schon mal gar nicht bei den amis würde ich sagen boah schmerzfrei einfach long die machen das gibt auch nicht zu das wäre eigentlich auch mal hier in der idee gewesen das hier einzuzeichnen das habe ich jetzt gar nicht gemacht wo das kassagab vom freitag weil das wird ja hier nicht automatisch eingezeichnet und ich bin mir nicht sicher ob die ob ich den stx hier auf dem neuesten stand habe sonst hätte ich ihn einfach mal drauf gezogen kann vielleicht noch mal ganz kurz jemand gucken wo das war der kassaschlusskurs vom freitag könnte man das nämlich hier auch mal ganz kurz berücksichtigen also einfach 17 uhr 30 schlusskurs das reicht mehr braucht man gar nicht genau den da wollte ich ja zwischendurch mal angucken wir hier passiert ja auch irgendwie im moment zumindest gerade irgendwie nichts was man machen könnte wenn man todes mutig ist und ist natürlich dann hat hier auch entsprechend über die kasse eröffnung dann halt auch noch mal irgendwie eine long setzen also falls er halt irgendwie ganz schnell in die pushen kommen sollte aber da hat natürlich halt deutlich höheres risiko an der stelle von daher ist mit vorsicht zu genießen so was wollte ich genau hier sieht man es natürlich in der übersicht hat auch noch mal ein bisschen deutlicher was da halt gerade passiert also einfach nur ein aufsetzer weil das ist ja einfach nur genau das prinzip immer das heißt widerstand wird support support mit widerstand genau das sehen wir jetzt hier auch wenn es jetzt hier nur gerade ein paar punkte reaktion sind aber nichts desto trotz das ist eine relativ sichere bank wenn man das halt so macht so der heiko moin der heiko er sagt x dax close 15 4 3 7 so was man mal machen kann danke heiko was man machen könnte die 4 3 7 also zeigte ich den hier mal kurz manuell ein das ist ein bisschen tiefer aber 407 vortage schluss 4 3 7 so also hier war der kassaschluss mache ich den mal violett damit man es auch versteht beziehungsweise pink müsse ich das ding hier eigentlich machen weil der automatisch eingezeichnet ist ja halt auch in der farbe mal gucken ich irgend so was finde nicht so wirklich aber nehmen wir den hier ja so 4 3 7 was man tatsächlich ups nicht so klar oft sieht ist das hat zum beispiel so ein gap dann nach fibos läuft mal gucken ob das funktioniert ob man da was erkennen kann also muss ich da jetzt mal einfach anguckt also von der kasse eröffnung heute bis zum kassaschluss von gestern so fällt hier natürlich vor allen dingen jetzt erstmal ins auge halt die 61,8 das war dann dieses entsprechend dieses der dip von der mini dip davon von letzter nacht das wäre halt eine möglichkeit aber was man natürlich jetzt auch lustigerweise genau sieht 492 das wäre genau eine 61,8 also entschuldigung ich habe die hier falsch rum eingezeichnet also das eigentlich die 38,2 aber ein 61,8 prozent gibt klos aus kassasicht zum freitag hin ist exakt die 492 also ich habe das vorher nicht irgendwie geprüft aber das ist ein team und nicht gestern im dax kassaschluss freitag im dax hatten wir doch der heiko hat es verstanden das sind so die lustigen zufälle in anführungszeichen passt aber schon sehr 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 gut dann natürlich jetzt mit dazu und wäre dann halt einfach noch mal ein grund mehr für die 492 also ein bisschen hängt er ja hier irgendwie rum und kommt dann nicht aus dem quark heißt jetzt natürlich nichts kann natürlich immer noch irgendwie passieren dass wir von hier aus jetzt direkt nach oben laufen kann sein aber das ist natürlich eine geschichte wo jetzt einfach ein paar argumente dann hat auch mehr werden in der 492 also hat man das verstanden was ich hier meinte weil ich habe das wirklich schon sehr 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 oft beobachtet das hat wirklich gäbe es wenn sie ein bisschen größer sind das ist ja auch hier der fall dass die hat wirklich dann halt nach dass man da wirklich fibos einfach rein ziehen kann und und das dann halt echt nur ganz wunderbar ganz oft funktioniert also hier von eröffnung heute bis kassaschluss freitag und ist das entsprechend die ich zeichne das noch mal richtig so ist das entsprechend hier kasser eröffnung bis kassaschluss sowie h genauer bei der 15 492 da wo ich vorher die order hingesetzt habe auf den tick genau so und das passt natürlich ganz hervorragend zu der geschichte hier in grün das ist nämlich einfach nur hier dieser alt dieses alte hoch an der stelle was hier mal zwischendurch aus und zwischendurch fehlausbruch bekommen hat hier noch mal gekauft wurde und hier auch exakt die eröffnung von von einer stundenkerze und hier auch mal eine runde bestätigt also das einzige was nicht so schön daran ist ist dass wir halt hier gerade gesagt dieses tief rausnehmen müssten und wir hier natürlich dann noch mal da an der stelle aufsetzen also weil eigentlich reicht da auch ein so wie es hier ist hat sich darstellt einmal gekauft zurück und dann weiter das heißt es könnte natürlich passieren dass der dax wenn er das macht dann hier auch dann schon wieder zum erliegen kommt und dann wir zum beispiel hat nur eine geschichte sehen in der bewegung kriegen könnten eine geschichte sehen könnten die dann als beispiel hat irgendwie so läuft also hierhin und dann dahin zurück und dann sind wir hier gefangen das kann natürlich dann halt passieren aber wäre halt auch egal also wir wollen ja hier nicht irgendwie die position für die rente machen sondern es geht ja nur darum hier ein paar punkte dann halt eben möglichst sauber halten mit zu kriegen er mitzunehmen aber genauso gut ich meine wenn das das ding ist ja einfach nur dass das hier ist auch ungeachtet von von all den messungen und ideen die ich da hat beziehungsweise ideen die ich ja gerade halt mehr oder weniger vermessen habe es ist ja halt hier einfach auch noch mal nur ein test von von einem low und von daher ohne weiteres da 20 punkte drunter fallen bitte dann wahrscheinlich auch nicht und das kann man schätzungsweise schon handeln weil ich glaube nicht dass wir von jetzt einfach komplett irgendwie runterfallen der nicht so wirklich nicht nachdem wir jetzt hier wochenlang in der range waren und wir endlich ein neues ath haben wäre das schon sehr ungewöhnlich wenn der markt dann halt einfach dann schon wieder irgendwie in die range zurückgegleitet so bin ich wieder also dauert ein bisschen wie man sieht geht nichts vorwärts aber wir haben ja schon ein paar punkte hier mitgenommen und ihr hattet ja ganz bestimmt genau die gleiche idee und habe auch ein paar punkte mitgenommen und von daher was das also da kommen wir da noch mal also 474 ja das war halt noch mal hier das hoch was ich vorhin eingezeichnet habe da sind wir noch nicht das wäre jetzt halt mal der erste mögliche ansatz habe ich dann oder platziert habe ich es gar nicht aufpasst mal gucken muss ich mal gucken dass ich den richtigen server da erwische sondern nur drunter ok also gehe ich dann noch mal zurück also finde ich hatte es ehrlich sagt auch so ein bisschen knapp also der könnte ich ja schon auch deutlicher irgendwie drunter spiken weil halt auch jetzt diese 8 uhr bewegung die wir halt hier hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig lang halt gewesen ist und von daher ja und hier haben wir dann halt auch sma 20 den finde ich irgendwie scheinbar ganz klasse im h1 deswegen ist der auch drin ist ja auch jetzt nichts irgendwie wahnsinnig spektakulär neues und dass man damit halt so im kurzfristigen trend eben halt ja auch zumindest mal dann halt eben ja relativ einfach visualisieren kann und aber wenn man aber hier sieht wie der halt entsprechend damit umgegangen ist wäre das natürlich dann halt auch noch mal hier gekauft wieder da fast also das ist schon okay und wahrscheinlich wenn das irgendwie noch eine stunde dauern sollte und dann liegt ja sowieso hier drüber und dann würde es natürlich auch wiederum halt dazu passen so 55 18 eben short ja kann man machen ich wie gesagt ich weiß es nicht mir ist hier so insgesamt gerade so ein bisschen wenig bewegung im markt und von daher man sieht ja hier noch das geht gerade mal irgendwie 50 56 7 punkte rauf und runter da muss man jetzt auch nicht unbedingt aktiv werden weil ich habe wirklich ziemliches kratzen im hals sorry ich sage mal so warm und kalt bitte nicht krank werden ja auch kann ich mal kurz eine erkältung irgendwie mitnehmen muss ja kein problem bei mir dauert das eigentlich nie lange aber es ist halt nur sitzen dann scheint mal kurz die sonne drei minuten dann dann sitze da draußen und da denkst du ach so schön und merks gar nicht die sonne schon eine viertel stunde wieder weg ist und plötzlich stellst du fest das ist ja gar nicht mehr warm ja es ist halt so dass halt riski also das ich meine gerade wenn man irgendwie viel viel draußen ist etwas überhaupt nicht was du anziehen sollst so irgendwie jetzt kannst du mit dem pulli raus irgendwie oder brauchst du doch eine jacke wenn ja welche das ist so also die torsten sagt er jetzt siehst du jetzt auch selber ja auch ich sagte jetzt mal nichts zu mal generell wir sind im long trend da müssen wir jetzt auch glaube ich gar nicht irgendwie großartig da gibt es nicht viel zu interpretieren und wobei natürlich im dax halt schon gefährlich ist bleiben wir noch mal kurz zum dax ist halt einfach die geschichte hier mit dieser ich weiß gar nicht wie sie nennen soll mit dieser unsäglichen range über wochen und die gefahr besteht natürlich dass wir daher wieder rein fallen das kann natürlich sein aber wir haben jetzt erst mal jetzt hier dieses hoch rausgenommen wir haben neues ath und auch im daily wenn man sich dem mal dann halt daneben legt sieht man ja auch relativ deutlich was da los ist wenn man hier mal einen blöden knoten gemacht in alle richtungen und da wäre es einfach mal wirklich an der zeit dass wir da mal eine kerze oben mal dran setzen und dass das ding einfach mal weiter läuft und weil hier unten mit mit runter war er hat nichts hier war die die mitte sozusagen von der range bei der 15 263 immer wieder rauf und runter und es wäre wirklich sowas von nötig dass der zimmer weiter läuft und dann hat man wirklich eine lange kerze da dran sitzt im daily also damit einfach dieser ins gesamte long trend dann auch mal weiter geht eine range im long trend ist ja keine umkehrsignal sondern ist erst mal nur halt eine range ist eine pause und wenn man sich da halt auch einfach mal was man da machen kann das hat ja auch irgendwie im märz februar märz oder wann es war wo dieser ausbruch endlich gekommen ist ja auch wunderbar funktioniert wo ich jeden tag eigentlich nur geschrieben habe long 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 und man es nicht mehr hören konnte aber es war richtig und unter was da halt auch wirklich sehr gut funktioniert hat das war die geschichte mit den extensions also nicht die haare sondern die fibos das heißt wenn man sich da einfach von von hoch zu tief dann entsprechend nach oben die die projektion dann halt hinlegt und dann kommt man eben auf die beiden zonen hat hier und das würde halt auch eigentlich als zur tageskerze wird auf jeden fall gut passen wenn wir mal wirklich ordentliches stück nach oben rennen das sind 200 punkte darauf und es ist so jahre 767 ist jetzt die erste und die nächste werden sogar halt irgendwie dann so noch mal eine ecke weiter also 350 punkte halten etwa zieht erstmal weit aus ja aber wenn die geschichte mal auflöst wenn das wirklich so kommen sollte und dann wird sie halt auch auflösen und dann dann sollte man nicht davon ausgehen dass irgendwie noch mal ein kleines neues hoch und dann bestimmt runter und so was das wird alles nicht funktionieren höchstwahrscheinlich sondern dann lieber irgendwie halt wenn er das hier noch mal angeht wenn wir hier noch mal neues ath machen ich würde dann nicht mehr short gehen ich glaube das ist keine gute idee sondern da soll der mag sich erstmal entladen und weil die ranger so lange war wird die entladung hat auch ordentlich werden die kann natürlich auch klar wenn wir jetzt hier zurücklaufen sollten in diese alte zone wieder hier ans gäbe und keine ahnung und wir sollten eine entladung nach unten kriegen wird die natürlich genauso fulminant und das ist halt klar man hat es ja auch zum beispiel gesehen das war ja auch das war ja mit ein grund warum ich halt zum beispiel im februar märz ja dann halt auch gesagt habe also wird nur mal nebenbei sorry gerade wir hier auf ein trade jetzt irgendwie wartet irgendwie später dazu gekommen ist ich kann gar nichts machen wir hatten gerade ja irgendwie einen und die bewegungen sind halt einfach zu gering und orders sind gesetzt aber es passiert gerade irgendwie nix deswegen bin ich da jetzt erstmal kurz im theoretischen teil was man ja halt auch gesehen hat zum beispiel halt dann das wahrheit muss immer hier die 14.000 erst mal das war ewig lang immer wieder umkämpfter bereich da kann man ja auch irgendwie noch gutes stück zurückgehen das war ja halt eine mittlere katastrophe in dem bereich so und nicht nur dass dazu müsste jetzt ein schad auch mal den ich hier gar nicht habe aber wenn man hat wirklich mal über jahre dann halt drauf gucken dann sieht man dass der dax eigentlich über jahre in der range gefangen war wo die oberseite irgendwo bei 13 13 300 13 1400 gewesen ist und die unterseiten irgendwie um die zwölf über jahre und wenn sie so eine geschichte dann endlich mal auflöst nachdem hier so eine psychomarke wie die die 14.000 dann halt zum beispiel dann auch mal durch ist und dann entlädt sich die geschichte halt auch dann macht long short überhaupt gar keinen sinn vor allen dingen wenn die so lang ist die range und ich habe auch bei der 15.000 habe ich noch geschrieben am besten macht man gedanklich gleich 16.000 raus und einfach mal eine nummer größer denken weil wie gesagt aus so langen range rauskommen und egal was da irgendwie alles gerade fundamental ist es gibt immer tausend gründe warum irgendeiner dann trotzdem kauft der dann entsprechend auch den größeren geldbeutel hat da sollte man es nicht so viel gedanken drüber machen sondern einfach wirklich dann halt solche regeln also das range ist wenn sie lange dauern je länger sie dauern umso weiter läuft eben auch die auflösung von seiner range und die haben halt natürlich das ganze schon sehr ähnlich muss ich mal anguckt das sind das sechs wochen sieben wochen jetzt hier mittlerweile und wenn die geschichte auflöst und dann wird die auch weit laufen und deswegen kann man da ruhig auch dann irgendwie die die 15 9 dann halt mal gedanklich anlegen das sind ja nur 350 punkte und das sieht dann zwar klingt zwar erst mal viel aber wäre dann einfach nur endlich so der finale stoß dann halt nach oben und da wir im long trend sind gehe ich natürlich erstmal auch von long aus trotzdem kann es auch natürlich falsch sein aber die chance ist halt geringer wie wenn ich jetzt sagen ja wir fallen jetzt hier runter ins loch und machen bestimmt irgendwie tausend punkte runter das ist wäre für meine begriffe reine vermutung und irgendwie mit mit trend und irgendwie wahrscheinlichkeit relativ wenig zu tun sodass hat nur als erklärung warum ich da halt lieber dann wenn man den dax handelt ich hatte die normalerweise aktuell gerade nicht so wirklich aber wenn man da halt rein geht warum deshalb wieso und wo hat dann auch so die die grenzen sind sondern wir stehen immer noch auf der stelle obwohl wir jetzt 9 uhr 30 haben sieht auch fast so aus es käme irgendwie nicht mehr wirklich was der kommt auch wieder runter gekrabbelt also mal gucken also weil wir sind jetzt hier auch im kleinen time frame wird man jetzt auch nicht viel mehr sehen außer dass er eben rum drückt außer dass jetzt hier da ist ja nix irgendwie also das jetzt hier der dauert hier im dunklen bild so und hier der dax das war jetzt halt eben die ganze letzte viertelstunde irgendwie zehn punkte rauf und runter 15 ok klemmen hier an dem ath an dem alten und da drückte halt irgendwie drauf rum aber das ist halt viel zu wenig finde ich und da ist halt irgendwie ein trade irgendwie zu setzen man könnte jetzt hier natürlich wenn man schnell ist aber das bin ich in der regel nicht wenn ich für die tage mache weil irgendwie mein gehirn immer nur eine sache scheinbar gleichzeitig kann und ich vergesse dann halt schon mal auf den knopf zu drücken obwohl ich dann vorher erkläre dass ich auf den knopf drücken will ich was die knoppers haben brückentag ja das kann natürlich sein deswegen passiert da nicht viel gerade um die zeit also was er halt machen könnte was gerade sagen wollte dass wir jetzt hier so einen kurzen stich da halt mal runter und da kann aber der müsste man dann ganz schnell laufen aber und dann sollte man auch irgendwie vor dem tief da rausgehen das wäre dann jetzt aber reines skyping obwohl jetzt bei der wohler die wir haben zehn punkte könnte das schon noch mal bringen muss aber nicht sein kann genauso gut sein dass wir jetzt hier nochmal irgendwie eine viertelstunde auf der stelle stehen so aber dass das lohnt sich jetzt für meinen begriff jetzt hier nicht mit dem was ich hat hier sehe gleichzeitig nicht sehe Zeit und trage aufzumachen also generell wird es mir auch reichen hier an dem h oder halt einfach jetzt da bleiben und direkt nach oben rennen wäre schon okay aber wie gesagt mit mit dem risiko was wir dann halt natürlich dann halt hier nachher hätten wenn man das macht also wenn man das beispiel sagt ja ich gehe hier drüber long oder gar halt an der kasse eröffnung das sind natürlich dann so ein paar punkte zu viel aber immer noch besser als irgendwie finde ich da jetzt big short dagegen zu halten aber hier zumindest jetzt für jetzt einen neuen trade im rahmen des webinars finde ich das ein bisschen zu lahm was die bewegungen angeht ich könnte ja zur zeitlichen überbrückung der langweile könnte ich ja ja live im corona test machen und mir ein stab in die nase schieben das ist ja gar nicht lustig wäre wenn da am schluss enthält es positiv wäre oder da stünde sie sind schwanger werden ja so weit habe ich gar nicht gedacht ich gehe natürlich nicht davon aus ja ich bin hier echt am schwitten das ist unglaublich aber gestern abend denken wir auch schon gedacht wie es über komisch an ja und was machen wir nur mit dem fünf punkte rauf und runter bleiben auch hier gleich feierabend helfen aber ist jetzt wäre dann halt jetzt auch nicht so wahnsinnig tragisch nur mein ein paar punkte sind drin wenn der markt sich nicht bewegt was soll ich machen was soll ich machen so aber bleiben bleiben wir hier noch ein bisschen in der theorie erst mal also was natürlich jetzt hier rein nochmal markt technisch das heißt markt technisch das ist eigentlich weiß gar nicht ob das schon schon markt technik ist aber halt einfach im sinne von wie baut der markt sich trennt zusammen es ist jetzt halt hier natürlich dass erst mal solange kein volumen da ist wohlgemerkt solange das hat hier so schlapp weiter geht das ist jetzt erstmal der nächste punkt um den es dann halt geht und wenn er halt wirklich die die 492 da unten erreichen will wo ich dann halt long will aber ich glaube das thema vor zehn uhr nicht mehr und dann sollte er dann wird er den jetzt natürlich angehen und versuchen dann halt auch rauszunehmen und das würde heißen wahrscheinlich kriegen wir jetzt erstmal stich darunter der läuft dann noch mal zurück dann rammelt sich das ganze hier nochmal irgendwie zusammen und fällt dann geht am schluss dann trotzdem da unten hin so das wäre jetzt so das normale verhalten weil jetzt irgendwie hier zum beispiel short da an der stelle glaube ich nicht also hier ist es dann so dass halt wenn zum beispiel hat hier jetzt short positionen eröffnet wurden die die werden ja dann hier erst mal hat dann auch aufgelöst und beziehungsweise knapp hinterher also habe gerade gesagt warum es dann als nächstes geht ist natürlich der punkt hier unten und ja auch eben gemeint so wenn man will short wenn man schnell ist hier zehn 15 punkte da waren sie und habe ja auch gesagt da will ich erstmal kurz vorher raus und wie man sieht also skyping hat da halt funktioniert ja klaus da gebe ich dir recht das ist aber jetzt halt nun mal so ich kann hier natürlich jetzt erstmal wenig machen ich glaube nämlich nicht dass dieser widerstand hier hält der also beziehungsweise der hat für mich so 50 50 warum weil wir halt hier nur overnight da gelaufen sind und mit das heißt mit unfassbar wenig volumen was man ja auch hier sieht das hat irgendwie kurz vor ende der value area value area ist dieser bereich der hat hier im blau angezeigt wird die daten sind aus dem future das ist nicht cfd auch wenn jetzt cfd gehandelt wird aber die daten sind aus dem future und sind hier umgemappt so und value area heißt 70 prozent des volumens was eben halt heute gehandelt wurde und natürlich jetzt auch hier wahrscheinlich auch das tagestief das bisherige aber wie man sieht hier unten da da unten hat das volumen abgenommen und da passiert dann einfach nichts mehr so und das ist so ein bisschen tricky das heißt natürlich wenn jetzt zum beispiel hat dann jetzt eine größere position kommt also grundsätzlich kann man hier davon ausgehen da wo das volumen dünn war wird nicht unbedingt plötzlich das volumen groß sondern das kann man natürlich aber umgekehrt auch ausnutzen das heißt und natürlich hier jemand davon ausgeht dass der und nicht viel gegenwehr ist und dann kann er natürlich auch hier relativ einfach den markt nach unten durch schießen und deswegen ist das so gefällt mir nicht hundertprozentig na deswegen sage ich das weiß nicht also das gefällt mir nicht dieses dieses tief an der stelle das hat mir zu wenig unwahrscheinlichkeit natürlich jetzt hier für die punkte noch mal rückwärts nur hätte es jetzt gereicht den ansatz habe ich ja auch gerade vorhin erklärt also zumindest mal in die eine richtung aber auch den exit für den ansatz dann eben an der stelle also hier war das tief ich habe eben gesagt da sollte man kurz vorher wenn hier noch mal rausgehen und das soweit konnte man es jetzt schon einschätzen aber ob der jetzt halt hier aber das ist ja halt der der eigentliche ansatz von der ganzen aktion hier nämlich entsprechend hat die tageskerze einzufangen wenn sie dann nach oben auflöst könnte man das hätte man natürlich jetzt hier auch machen können keine frage wenn man halt das risiko dann halt ein bisschen größer halt dann dimensioniert aber dann halt hier mit 20 punkten das wäre mir zu viel zu viel zu viel konjunktiv zu viel könnte wenn aber und wie gesagt bei 50 50 heißt das nichts anderes als das kann natürlich trotzdem aufgehen aber dann wird man das ja auch sehen und dann wird man auch noch anders auch noch reinkommen weil der wird jetzt von hier nicht bis um 10 uhr jetzt 400 punkte nach oben laufen das wird nicht passieren also zu 99,9 prozent wird das nicht passieren und sondern viel wichtiger wäre halt dann für die weitere betrachten da was jetzt hier nicht mehr hinkriegen rein zeitlich aber für die weitere betrachtung dann für heute wäre dann halt natürlich wichtig dass wir die kasse eröffnung noch mal kaufen das heißt also hier oben auch da wo wir gestartet sind das muss halt noch mal gekauft werden vernünftig und sobald das passiert ist kann man dann auch in dem bereich sicherlich also hier zwischen der eröffnung und zwischen dem kasse schluss von gestern zwischen dem nicht kasse schluss von gestern sondern hat entsprechend hier die soll der pseudo kasse schluss wenn man so will jetzt weiß ich auch was der timo meint der hat recht nämlich gemeint irgendwie kasse schluss gestern genau das heißt es war ja hier gar kein jetzt auch mal irgendwie vorhin völlig na egal trotzdem hat irgendwie registriert der markt komischerweise als entscheidend ist natürlich dass das gibt da unten so aber nichtsdestotrotz passt es hier wenn wir den markt hat gekauft haben also wenn das später passieren sollte das kann natürlich auch erst am nachmittag sein aber sobald wir hier in den grünen bereich wechseln in der tages kerze vom kasse und wir hier ja ohnehin jetzt schon ein bisschen volumen an der stelle gebaut haben sieht man jetzt ja auch hier am point of control und das wird ja auch logischerweise nachher noch da stehen das heißt also wir werden nachher in der volumenglocke immer noch ein spike daraus haben und das heißt wenn wir da halt da oben hingelaufen sind den kasse schluss gekauft haben und dann ist halt so dann wird das dann halt später zur grünen zone also dieser reich was ist das denn für eine frage ich will nicht sagen wie es aussieht ich glaube ihr könnt euch das alles selber also nicht jetzt ne sondern wir brauchen die bewegung darüber das oder blu da wollte ich ja nicht so was halt noch also aber er muss erst darüber darüber im stundenkurs schließen dann ist das hier in der support zone und deswegen wird man dann auch noch vernünftig dann auch später reinkommen so behaupte ich mal weil hier bis irgendwie zehn uhr passiert irgendwie nicht viel also die frankfurter scheinen irgendwie keine lust mehr schon wieder keine lust zu haben den markt zu kaufen und also zumindest nicht die die knoppers fraktion die ab 9 uhr 30 halb zehn deutschland aktive sondern wahrscheinlich dann hat er die am nachmittag und dann halt hier die hosen haben das und forscht okay so gut also ich mag deine gute laune heute dörg warum das habe ich getan alles gut ich lese hier gerade die kommentare mit und freue mich so scheint ja allen irgendwie ja soweit zu gefallen gut ja ich weiß jetzt halt ehrlich gesagt nichts was ich hier noch mit der letzten viertelstunde anfangen soll nelson weil die große bewegung nach oben die sehe ich hier irgendwie gerade nicht so wirklich ja daher müsste ich mich da jetzt halt hier irgendwie um äh was soll ich sagen um vokabular bemühen die zeit zu füllen ob man das dann braucht weiß ich nicht ich gucke mal ganz kurz trotzdem nochmal auf den dau Timo hat gesagt du kannst ein Lied singen was kann ich ein Lied singen ja genau das super idee ach hier guck der Dauer da habe ich gerade gesagt weil die Kerze so ein bisschen länger ist könnte der schon ein bisschen tiefer da reinstechen das hat er jetzt auch gerade schon und deswegen habe ich den auch hier oben eben nicht long gehandelt das war mir zu weiß ich nicht das konnte man glaube ich irgendwie riechen und der liegt da unten noch ganz gut bei der 432 da habe ich ja die Long Order liegen dass das passt also da Long zu gehen war wie erwartet keine gute Idee das ist ein bisschen zu einfach es kann natürlich jetzt sein dass wir jetzt halt dann irgendwie ich weiß nur nicht gerade wo es herkommen soll was ist das hier irgendwie ein Pokerspiel was die da veranstalten gerade in Frankfurt und sagen ja wir drücken um fünf vor zehn auf den Knopf oder um drei Minuten vor zehn oder ich weiß es nicht das ist schon ein bisschen merkwürdig also er drückt hier so komisch runter so nachdem er hier endlich den Widerstand gekauft hat irgendwie passt das auch nicht das ist kein also der die Kerze wird auch nicht hier schließen das glaube ich auch nicht dran und das einzige was jetzt halt wenn es jetzt nicht irgendwie hier tatsächlich noch auf den letzten drücker nach oben ballern sollte dann könnte es also sein dass wir hier irgendwo so in der Mitte hängen bleiben und dann halt hier nochmal irgendwie knapp drüber schließen und wir dann halt um entsprechend um elf von zehn bis elf dann halt so eine geschichte dann halt endlich kriegen das heißt wir schließen hier vielleicht irgendwo und dann machen wir ein Dippelchen da runter dann so das wäre halt noch denkbar so weil eigentlich gehört das halt in eine Stundenkerze also gerade vor allen Dingen eigentlich in so eine neun Uhr Kerze wo ja halt so ein bisschen mehr Alarm ja dann halt auch ist und um zehn Uhr IFO ja meint ihr da passiert viel? ich weiß nicht haben wir da viel Bewegung eigentlich noch nie so oder? Nelson sagt nichts mehr so aber was ich halt gerade meinte ich warte immer noch auf dein Ergebnis und bitte was? ich warte immer noch auf dein Ergebnis sage ich auf dein Testergebnis ein bisschen Wasser ruhig gleich so ein Ding doch IFO ja also da haben wir auch schon mal Bewegung gehabt ja okay ja gut ich meine es kann ja nur mehr werden als das was wir jetzt halt gerade haben das ist ja wirklich halt ach manchmal habe ich hier einfach Pech mit den also oft eigentlich mit der Wohler obwohl das letzte Mal war richtig gut von der Wohler stimmt ich wollte gerade sagen ja ja das stimmt das war recht ordentlich so aber ich glaube halt wirklich dass das hier sich jetzt irgendwie aber das würde ja dann auch sogar passen vielleicht kriegen wir dann halt wirklich so ein bisschen kurzen Bums nach unten und rennen dann wieder hoch wäre schon möglich erstmal kurzer Fehlausbruch und dann halt wieder drauf laufen würde eigentlich schon durchaus Sinn machen also denke ich gerade das ist das für eine kurze Kerze ich bin ja hier auf dem Tagesschart so er hält sich jetzt hier wieder drüber über dem ATH das Tief hat jetzt erstmal hier gehalten eben das Tagestief war das ja halt hier war das das Tagestief ja war das das Tagestief 3 Uhr ja genau also hält jetzt erstmal aber ich kann mich da nur wiederholen das fällt mir nicht das ist mir zu zu läppsch das Ding hier das ist mir zu knapp wenn dann hier runter und dann da wieder hoch gut also man merkt ähm der da fällt mir das Wort nicht ein man könnte einfach sagen mir fällt nichts mehr ein was ich sagen kann ich wollte es aber hochtrabende ausdrücken es gelingt mir nicht wahrscheinlich habe ich zu wenig Kaffee dafür heute gut das heißt für mich an der Stelle kann jetzt ich finde jetzt hier vor 10 Uhr nichts mehr und auch nicht also auch Punkt 10 selbst wenn ich da dann halt eine Position machen würde für die werde ich ja auch nochmal dann wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Viertel bis halbe Stunde brauchen bis man die dann halt auflöst von daher das wird dann alles zu lange aber ich glaube insgesamt ist es ja verstanden und meistens passen sie halt auch ähm so eine Erklärung und von daher könnt ihr das ja sehr gerne dann einfach mal im Auge behalten für den Rest des Tages und daher mal gucken ob das funktioniert so also dann sage ich an der Stelle gucken ob die große ob das jetzt wenigstens noch funktioniert hier die andere Kamera weißt du woran das liegt heute das der der Aussetzer eben das liegt nur daran weil ich ich habe nämlich tatsächlich immer noch kein neues Kabel für den zweiten Monitor ich habe es bestellt es wurde nicht geliefert aber ich habe die Monitore ich habe es geschafft sie zwei Zentimeter auseinander zu ziehen und die Kamera guckt jetzt genau dazwischen durch und wahrscheinlich das war das zu hart an der Grenze man sieht es nämlich hier so so ein bisschen hier an diesem Rand siehst du der ist so verschwommen das ist nämlich eigentlich schon der der Monitor deswegen das ist wirklich nur so ein Spalt dazwischen und ich vermute das fand es dann irgendwie hat Engolf mal wieder recht gehabt ja also der Timo hat auch schon gesagt er soll er mir ein Kabel schenken ja ich habe es ich keine Ahnung warum das so ein Problem ist aber kam halt nicht ne willst du machen aber es geht ja auch so ne macht das ein paar Aussetzer ja genau Timo macht das mal also der Helga kann das alleine nicht gut also ich bedanke mich ganz herzlich dafür dass ihr da gewesen seid ich hoffe es hat was genutzt und gebracht vielleicht hat er auch der eine oder andere erstmal den Trade mitgemacht und hilft ihm dabei so ein bisschen jetzt den restlichen Tag einzuschätzen ich freue mich immer wenn ihr zahlreich dabei seid und dann macht es natürlich dann auch Spaß so sage an der Stelle dann halt bis zum nächsten Mal das ist ja schon bald das nächste Woche Freitag müsste das sein korrekt zu den NFPs genau und ja wünsche euch alles Gute schöneres Wetter als in Köln und sage bis zum nächsten Mal und gebe dem Nelson das letzte Wort danke super vielen Dank Dirk ja du hast eigentlich schon alles gesagt würde mich freuen wenn sie nächste Woche wieder dabei sind vielen Dank für die Teilnahme noch eine erfolgreiche Woche und passen dir auf jede Position auf und gerne bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal